Hat mir im Sommer ganz gut taugt und jetzt mal schauen, wie es da weiterläuft. Wir wollen mal hören, wie zufrieden der Bundestrainer ist. Der ist oben bei Benni Wüß. Ja, wir haben einen Schuhstar. Wir haben kleine... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ... eine Taktik vorgeben, da müssen wir schon von vornherein einen bevorteilen oder einen anderen vielleicht ein bisschen benachteiligen und das war in der Situation einfach sehr, sehr wichtig.